Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Limbo. Ah, wo bin ich? Warum liege ich hier? Ah, erstmal aufstehen. Und top. Ach Gott. Es ist dunkel hier. Ach Gott. So, ach, herrlich. Bewegen. So und damit ein richtiges herzliches Willkommen zu Let's Play Limbo. So, falsche Richtung Denkfehler als Schiechwind. Ähm, wer sich wundern, woher ich das weiß, der Sperry, den kann ich ja mal im Video verlinken. Der ist richtig cool, der ist ja nicht, den guck ich selber auch. Ähm, der hat ein kleines Achievement-Unlogging, wie auch immer, gemacht, ähm, für Steam, aber. Äh, wie denn, ähm, die, also wo es denn die ganzen Eier gibt, die man dafür finden kann. Ist richtig cooles Video geworden, gefällt mir. Ähm, der hat mir ein bisschen geholfen. Deswegen wusste ich jetzt gerade, wo der war. So, äh, wir spielen aber nicht am PC, sondern wir spielen am, äh, Handy, am iOS-Gereto. So, rutschen wir mal runter hier. Oder klettern runter. Ja, ich dachte mir mal, alter, du, du hast das Zeug, du hast die ganzen Spiele, wie FIFA 14, wie, wie, äh, Limbo, The Woods und, 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 alles auf dem Handy. Hast aber immer noch nicht die Zeit gefunden, ähm, um, äh, das anzufangen, ums zu spielen. Oh, scheiße. Da ging's, glaub ich, rein. Dammit. Ich dachte, da ist, okay, wurde hier zum Glück gespeichert. Na, auf, ey, nimmst du mal, kreist dir. So, ähm, wie könnten wir den nennen? Ich, äh, wie wollen wir den kleinen Racker hier nennen? Äh, achso, der heißt der Limbo, ne? Glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Nimm den Chris. Nein. Nee, wie heißt der? Ich glaub, der heißt Limbo, oder? Kann man jetzt eigentlich, nee, ich riskier's lieber nicht. Ich lauf lieber hier runter. Spring. Ah, hopp. Gut, geschafft. Nee, auf jeden Fall, ähm, hat er da ein bisschen gezeigt, wo denn die ganzen, äh, Eier, wo es die denn überall gibt. Und, ähm, ja, auf jeden Fall war's ein cooles Video, hat mir gefallen. Ähm, deswegen wusste ihr auch gerade, wo das war, falsche Richtung. Ähm, find ich cool, dass es überhaupt auch hier so ist. Ähm, also, sag ich mal, eins zu eins übernommen. Ähm, auf jeden Fall, wir spielen am iOS-Device und, äh, oh, jetzt hab ich gerade ein Mikro gepustet. Äh, am iOS-Device und, ähm, ähm, nicht am PC. Auf jeden Fall hab ich da schon so viele Spiele auf mein Handy drauf, die ich eigentlich machen will. Musste schon welche löschen, weil manche ein bisschen größer sind. Ah, und ich find einfach keine Zeit dazu, um die zu machen. Ich bin ja gerade noch mit The Walking Dead beschäftigt, mit Minecraft, mit Asphalt 8. Das ist alles so ein bisschen, ähm... Wann kommen wir hier nicht hoch? Hallo? Was müssen wir hier machen? Äh, hallo? Achso, hier, da ist ja so ein Trage-Dings dran. Habt ich gleich gesehen. So. Die Stellung ist ziemlich gut gemacht, für, äh, ein Handy-Game. So, dreh dich mal um und hüpf mal hoch. So, und hoch. Ähm, ist, äh, gut gemacht. So, jetzt hier hochklettern. Hopp, 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 hopp. Ich muss pro Finger, also... Und jetzt, achso, rüberspringen. Und krallen. Boah. Ah, nein, nein! Boah, ich dachte, krallen... Ich dachte, krallen, wir sterben jetzt. Ähm, ich selber hab das Spiel bei Sperry gesehen, er hat auch Let's Played. Ähm, hat mir gefallen. Er hat, äh, glaube ich, er oder einen Kumpel von Ihnen als Synchronstimme genommen. So, ja, ich bin so, jetzt gehe ich mal hier hoch. So, jetzt laufen wir mal hier lang, mal gucken. Dachte mir auch, hey, es musst du vielleicht auch machen. Äh, war irgendwie ganz cool fand ich. Aber wusste nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Ist ja eigentlich Mystery Horror Game mit, ähm, mit, ähm, wie kommen wir jetzt darüber? Rüberspringen vielleicht? Oder ist irgendwas? Wie ist denn nichts? Versuchen rüber zu springen, sag ich mal. Oh, alter, hab ich mir erschrocken. Wow. Nicht rüber zu springen. Hä? Check ich jetzt nicht. Wir haben noch gar nichts bei. Wie komm ich jetzt da rüber? Gar nicht. Das fängt ja alles gut an hier. Kann man das irgendwie nehmen, mitnehmen hier? Hallo. Hä? I don't understand what I'm... Was soll ich denn machen? Äh... Ja, auf jeden Fall, The Cave ist auch rausgekommen. Ähm, Call of Duty Strike Team und es sind so viele Spiele, die rausgekommen sind. Letztendlich muss ich jetzt irgendwie mal anfangen zu machen. Ich versuche nur einfach nochmal rüber zu springen. Mission Fee geschlagen. Ach, vielleicht, vielleicht hingehen und schnell zurückgehen oder so? Äh... Nee. Hä? Toll, Fail-Partier. Supersto. Vielleicht ganz langsam hinlaufen. Das dauert noch eine Weile. Ich lass jetzt mal so. Ich check das nicht. Ach, man kann nicht greifen? Loll. Äh, hab ich... Okay, die kann man greifen. Na gut, dann hab ich nicht gesehen, die wusste ich nicht. Entschuldigung. Oh, Mann. Lassen hatte die Hand so komisch dahin gemacht. Ich dachte, das ist irgendwie so... Ja, pack auf, da, ich weiß. Sollen wir da rankreifen? Oh. Ja, ich... Oh. Ja, und das Spiel ist übrigens sehr dunkel. Auch am Fernseher ist es dunkel. Ja, was sollen wir jetzt machen? Bruchklettern oder was? Und dann? Äh, ach so, ach so, ach so, tschuldigung, tschuldigung. Hehe, heh, heh. Ich vergesse irgendwie andauernd, dass man das Ding greifen kann. So. Greifen. Zurücklaufen. Hochspringen. Na, hoch da. Tjo, und jetzt springen wir hoch und schups und... Jawohl. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der... Dass der das irgendwie dann festhält, aber so geht's natürlich auch. So. Mal sehen, wo wir die nächsten Eier dann finden. Ich weiß nicht. Ich hab's leider nicht zu Ende geguckt. Ich hab nur den Anfang geguckt und fand es irgendwie cool und dachte dann so... Okay, jetzt musst du aber Limbo mal langsam machen. So, können wir jetzt hier runter? Fällt da was runter, oder was? Ich weiß nicht. Oh. Das wollte ich nicht. Hoch da. Okay, das schon springen. Na, hoch da. Und jetzt hopp. Ich glaub, wir sind tot. Ja. Ne, das ist falsch. Hm. Hüpfen. Hoch, hoch, hoch. Wow, Alter. Ich dachte grad... Oh, Mann. Schon eine Weile her, dass ich das bei Sperry gesehen hab. Ich kann ja mal... Oh, scheiße. Ich kann ja mal versuchen mit der Stimme. Warte. Jo. Ne, ich krieg's nicht. Da bräuchte ich irgendwie... Verschnellerung in der Stimme. Jo, jetzt gehen wir mal hier. Ne, ist zu leise. Ähm... Ähm, weiß nicht. Kann man da hoch? Ne. Jo, jetzt gehen wir mal hier. So, jetzt gehen wir mal... Ne, das ist zu hoch. Äh, ja. Na, greif. So. So, äh, ja. Lalalala Lalalalala Sing ich da eigentlich gerade? Was ist denn das? Sind das die Schlimme? Ich weiß nicht. Und jetzt? Ah, vielleicht so und dann Ah, cool Ey die Störung ist echt cool Ich frag mich wie die am PC ist Ich hab ja lebt nur nicht für PC Und to Jawolla Und jetzt... Nee, 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 nee. Ich dachte gerade... Und hopp! Boah. Knappe Sache. Knappe Sache, Digga. Also, okay, warte. So, und dann zurückspringen und... Spring! Boah. Und spring! Und spring! Nein! Nein! Scheiße! Spring! Und hoch! Und spring! Und spring! Boah. Und jetzt? Umfallen? Äh, ja. Spring! Ja, da geht's doch weiter. Äh. Warte mal. Ganz kurz nur. Hopp! Nur noch einmal. Ähm, warum kommt da die Pause jetzt? Hast du? Wie kommen wir denn da hoch? Renn, 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 renn! Spring! Jawollah. Und jetzt? Hochklettern. Und... Eins. Ach, da ist ein Ei! Ach so, cool. Dann haben wir ein nächstes Ei. Hopp! Cool. Entdecker ohne Bohnenkontakt. Was? Entdecken? Nee, ich hab's jetzt... Ich lese mir einfach nachher nochmal durch. Ich hab's jetzt irgendwie nicht... Irgendwas mit Entdecken. Einen Bohnenkontakt. Ich dachte gerade, er stirbt es. So, nehmen wir das einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir das. Um hier hochzukommen. Anscheinend ja. Warte, warte, warte. Warte auf mich. Wo geht's los? Geht nicht los. Oh, hoch, hoch, hoch. Äh. Ich steh mich auch an. So, und jetzt hoch. Immer noch nicht. Alter. Ja, langsam reicht's hier, Limbo. Okay. Ganz ruhig, Flori. Du hast alle Zeit der Welt. Eigentlich nicht, aber egal. Scheiße, man. Oh. I'm the best fail of the world. Yay. Ich trau mich immer nicht. Ich denk immer, er kratzt dann ab oder so. Und jetzt hoch. Boah, knapp. So. Ah, hier wird die Atmosphäre etwas dunkler. Etwas... ...endlich, ja. Ich sag gerade, den Feld von oben runter. Was ist das denn? Lol. Wie kommen wir da oben ran? Hallo? Öööö. Alter. Wow. Alter. Einfach mal hinlaufen. Alter, schreck mich doch nicht so. Oh. Alter. Ich erschreck mich hier dauernd. Es wird so laut. Mach mal ein bisschen leiser. Ich kann doch den Sound nicht so laut machen da vorne. Äh. Okay. Ja, was soll ich denn da machen, bitte? Warten, bis er kommt, oder was? Dann kommt's hier rein. Komm hier. Na, komm. Hallo? Rinn, rinn, rinn. Wow. Alter, Mann. Oh, Mann. Komm. Put, 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 put. Put, put. Oh. Krass. Ja, ja. Sagt nix, Leute. Oh, Mann. Typisch der Let's Base-Fail-Nacht. Immer am Fan. Ja, wie kriegt man, wie komme ich da ran, bitte? Hallo? Hier ist doch nix, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Muss man die Kiste... Nee, wie hätten wir denn? Müssen wir irgendwas mit der Spinne machen, denke ich mal. Ja, an, was anderes kann sich gar nicht sein. Verdammter Axt. Oh, verdammter Axt. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Verlustig. Sprachfall, ich war cool. Der war nur so... Verdammter Axt. Nee, verdammter, 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 verdammter Axt. Nee. Jo. Ja. Werd aber jetzt nicht zur Gewohnheit, hoffe ich. Na, kommst nicht ran, wa? Jetzt sollen wir warten, oder was? Hallo, hier bin ich. Hallo. Ich werde nicht fehlen, wie ich feile wieder. Hä, ich verstehe das jetzt nicht. Ist jetzt da was runtergefallen, oder was? Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Und... Hops. Boah, das war knapp. Runter. Und... Hinschieben, dass der Kleine was zu fressen hat. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass der deswegen runterfällt. So, hier hin, bitteschön. Nee. Immer noch nicht. Ist das nicht dein Ernst? Ernsthaft jetzt hier. Ah. Okay, manchmal... Manchmal etwas doof. Okay, wir haben es irgendwie draufgefunden. Beziehungsweise ich... Juhu, ich bin ja so gut. Und wie es dann... Wie es dann weitergeht, erfahren wir... ...in der nächsten Episode. Bis dahin. Äh, warte, so. Jetzt. Bis dahin. Ciao. So, das war Part Nummer 1. In Part 2 und 3 wird auch noch ein bisschen geraged, ein bisschen gefailed. Leider Gottes. Aber Part 4 und 5 verstehe ich langsam das Spiel. Ist ja blind. Da ist es ein bisschen problematisch. Und, ähm, ja. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.